Das ist Becker. Sie steht auf Matthias, doch er beachtet sie nicht. Heute hat sie ihren Mut gesammelt, um Matthias anzuschreiben. Hi Matthias, ich bin's Becker aus deiner Klasse. Hey Becker, wie geht's? Gut, und dir? Wenig später schreibt Matthias etwas, das sie irritiert. Schickst du mir ein Nacktbild von dir? Aber nur, wenn du es nicht weiter zeigst, okay? Klar, wär echt cool von dir. Ey, cool, danke, bis bald. Doch Matthias hat sie angelogen. Er schickt das Foto all seinen Freunden weiter. Als Becker am nächsten Tag zur Schule kommt, ahnt sie nicht, was sie erwartet. Becker ist so traurig, dass sie beschließt, sich das Leben zu nehmen. Doch ihre Mutter findet sie und ruft den Krankenwagen. Oh mein Gott, Becker! Der Krankenwagen kommt schnell und bringt Becker ins Krankenhaus. Wir behalten dich noch ein paar Tage hier. Ach, und es ist Besuch für dich da. Es ist Matthias, der sich entschuldigen will. Es tut mir so leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.